Ich möchte euch jetzt eines von den endesten Zauberkunststücken zeigen. Und zwar diese drei Becher. Kannst du kontrollieren, kannst du nicht hart nehmen. Kannst du auch noch mal schauen, ob es etwas Spezielles drin hat. Nichts Spezielles, oder? Okay. Könnt ihr auch nicht aufschrauben? Nein. Kannst du? Der hat der Links-Kling, oder? Ja, gut. Lass dir Zeit. Du hast ja schon zwei Stunden. Okay, ja. Okay, mach. Okay. Bezeichnen wir die drei Becher. Noch einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück, dann wird es etwas grösser. Und dann sehen wir alle sehr gut hier auf dem Tisch. Ich möchte euch jetzt ganz schwierig am Anfang zeigen, wie die Becherchen heissen. Und zwar heisst das Becherchen Nummer 1. Das heisst Becherchen Nummer 2. Und ganz schwierig, Becherchen Nummer 3. Das zeige ich euch eine Illusion. Mit den Bechern alleine. Und zwar nehme ich Becher 2 und lasse den Becher durch den Becher 1 durch. He? Das ist ein bisschen schnell gegangen. Ich zeige es euch noch mit Becher 3. Becher 3 geht ebenfalls durch die Becher Nummer 1 durch. Aber ihr habt es doch kontrolliert vorhin. Becher. Ich weiss hier. Gell? Es hat ein Loch. Ich weiss, es hat ein Loch. Oh nein, 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 nein. Jawohl. Drei Becherchen. Was ich auch noch brauche, sind drei Becherchen. Die habe ich hier hoffentlich in der Tasche. Eins, zwei, drei Becherchen. Jawohl, da sind sie. Eins, zwei, drei Becherchen. Mit den Becher, den Zauberstab und ganz wichtig ist der Hut. Denn der Zauberhut hat schon Tausende, wenn nicht Zehntausende von Menschen an der Nase geführt. Darum gebe ich euch einen Tipp. Schaut mit einem Auge auf die Bölle, mit dem zweiten Auge auf die Becher und mit dem dritten auf den Hut. Schaut mit dem Zauberstab, den Bölle in der linken Hand hinein verschwinden. Das zweite Bölle kommt ebenfalls in die linke Hand hinein. Einmal berühren, ist schon verschwunden. Mit dem letzten genau das gleiche herrschaften, wie die Kinder mit dem Zauberstab berühren, der Bölle ist schon verschwunden. Und wo er wieder vorne kommt? Mit dem Handy. Gell? Kommt wieder vorne unter dem Becherchen. Okay. Ich zeig's nochmal. Dann kannst du nochmal genau schauen. Das Bölle geht unter den Becher. Und vor allem kannst du das Becherchen bezeichnen. Kannst du das Eins, Zwei oder das Drei sagen? Zwei. Das Zwei? Ja. Gut, nochmal eins. Das Eins oder das Drei? Das Eins. Das Eins. Willst du noch wechseln? Ja. Ja gut, ich probiere es. Unter dem Zwei nehme ich das Böllechen unsichtbar unterfüllen und gebe es unter dem Becherchen Nummer eins. Das ist zu sehen. Ja. Also da ist er verschwunden und da ist er wieder angekommen. Ja. 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 Das ist schon passiert. Ja. 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 Ich weiss jetzt genau, ihr habt gut aufgepasst und gesagt, ja, ja, der Herbie, der hat viele Bölle. Darum lassen wir doch einmal ein Ball in den Taschen verschwinden, den Becher auf den Becher. Der zweite Bölle in die Tasche, den Becher auf den Becher. Mit dem letzten zauber ich euch ein. Während dieser Bölle geht durch sage und schreibe drei Becher in die Hand. Achtung, beim ersten. Selbstverständlich auch beim zweiten und natürlich beim letzten. Wenn ich jetzt aber möchte, dass das letzte Bölle unter dem mittleren Becher und den Becher drei kommt, ist schon passiert. Habt ihr es gesehen? Das Bölle ist vom mittleren Becher ins Becher drei gewandert. Habt ihr nicht gesehen? Es wandert unsichtbar, aber es ist schon angekommen. Habt ihr gesehen, dass ich beschissen habe? Habt ihr gesehen, gell? Wenn ich den Bölle hier in die Tasche tue, dann hebe ich ihn natürlich hier. Und wenn ihr alle meint, dass der Bölle hier in die Hand ist. Wenn der hinterste und letztendste denkt, dass der Bölle hier in die Tasche geht, dann hebe ich ihn einfach in die Hand. Fahre hinten und vorne, lasse den Bölle los und ihr glaubt, der Bölle kommt unter dem Becher vor. Aber das ist der alte Weg. Der neue Weg. Der Bölle geht sichtbar in die Tasche und die Frage, was wäre das Publikum, liebe Kinder, und wie viele Bölle haben wir unter dem mittleren Becher? Was meinst du? Vier. Vier? Ja, das ist ein wenig viel. Es sind nur zwei. Aber manchmal sagen die alte Leute drei. Dann mache ich mich hokus pokus und dann kommen gleich drei Bölle nach vorne. Was wollen wir mehr? Eins, zwei, drei Bölle. Sichtbar. In die Tasche mit. Und was meinen die Kinder? Wo ist der Bölle jetzt? Die Mitte. Die Mitte. Die Mitte ist nicht schlecht. Hey, hättest du aber auch rechts oder hättest du auch links? Können wir sagen, es wäre überall einer gekommen. Jawohl. Dankeschön. Das ist das Becher-Spiel. Und am Anfang habe ich euch noch etwas versprochen. Passet gut auf den ... Auf den Hut auf. Genau. Wenn unter dem Hut ... Dann wird es dann noch etwas grösser. Jawohl. Der verschwindende Zauberstab. Achten Sie sich gut. Vor Ihren Augen verschwindet dieser ... Zauberstab. Wo er zum Vorschein kommt, ist ... Hier in der Tasche ... Nein. Hier aus dem kleinen Portemonnaie kommt dieser Zauberstab hervor. Das ist die Zauberstab. Das ist die Zauberstab. Der Zauberstab. Kommt weg! Die Zauberstab. Kommt weg! Wenn du nicht, ... du hier bist, ist das Zauberstab. Kommt weg! Kommt weg!